also das ist extra weggebuddelt und ich wollte runterfahren ach so ich habe das passt du wirst gleich fallen oder jetzt wieder im boot schade einigermaßen gut aussehen so das fällt auf jeden fall schuhe mit federfall unbedingt das sagt doch bony auch immer unbedingt er rechtes um an der fristikartoffeln hier lieber anstatt der anpflanzt meiner oh mein gott jetzt will ich mit dem boot runter siehst du mich hier gerade mit dem boot rumfahren äh ja nice mach mal da kurz nochmal auf warte ich bin hier ja und platziert die man da wo da okay und ich gehe wieder runter und du machst da wieder zu und dann okay das reicht schon warte warte ich muss was testen also oben kommen kartoffeln und unten aber irgendwie passiert es mit dem portal weiß ich nehme im portal soll ja auch nichts passieren hast du jetzt wasser geholt wie ich dir gesagt habe ja es reicht weil ich danke okay kannst du etwas holen und dann müssen wir halt so mal das wasser ungefähr vier blöcke in der höhe weg ist wird das zeug darunter auch noch nass egal aber nur teilweise irgendwie okay passt das jetzt also unsere form hat definitiv skillfaktor darfst du bitte eisen ja ich komme gerade lol wie viel muss der raum so hoch sein unbedingt ich bin oben gut mit wasser auf holen holst also ja schmerzend genau der dritten wir kommen gerade nicht können die sich auf jeden Fall die mädchen und loben eben nicht es kommt nicht das ist die es wird alter bei irgendjemand die Tatler das ist ja bei mir ja Prozent warum Janis warum aufgetrennt denn es kommt nein nein das macht nur neuer Prozent ich will sich wegspülen warum es war nicht mal reif ich will dich wegspülen ich will dich auch gleich wohin hm ja Alter lasst es das können wir nicht gehen ach komm schon ja doch wir müssen wachsen bitte ok also ich lege jetzt schon wieder das gehe ich nicht mit in der Höhlentour hallo jetzt schlafen wir und jetzt schlaft ihr nicht oder was ja Lukas komm ins Bett hat das seine Gründe ich baue mal wieder das kommt von oben durch das Ding hier komm mal kurz runter boah ich penne gerade Lukas du penst jetzt auch meine Fresse nochmal Alter was geht bei dir Jannis Jannis schau mal kurz ein Mikro aus du darfst gleich mit uns reden ach meine schöne Schienen alle weg wer ich nicht penne jetzt ist schon wieder Tag ist los ich kann damit ja leg dich ins Bett ja meine Fresse nochmal ey wir mussten lange warten bis du dich ins Bett bewegt hast jetzt kommen wir kurz mit runter ja immer nur das hingekriegt hast aber ja hab ich das wieder kaputt gemacht ist das normal dass das Wasser von dort rein fließt ja naja scheiß drauf cool nice irgendwie so und jetzt habe ich nämlich ganz viele tolle Sachen ja guck Knochenmiel nein komm mal klein äh momf 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 genau hey wake up ich spreche in Worten ja der Satz hat sich ein Ding ergeben ey ich hab einen Boden für dich da wow wow voller Begeisterung er war nur noch zwei drei Tage oder weil halt das man wenig weil es sonst um um du meinst du kannst du kannst die Kartoffeln backen ne ja das war am Pflanzen und die Backmutter dann immer richtig viel das hat eigentlich viele bekommen müssten müssten ja wir haben noch 80 Knochen Nummer diesmal nicht gewachsen weiß wir haben noch 80 Knochen ja da mach mal ja ich hab bis 54 Knochen mehr auf tu was äh äh Leute 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 ja ich würde sagen wir machen hier einen kleinen Cut ich bin wieder da wir machen eine kleine Klappe jetzt ein Cut wir machen hier einen kleinen Cut bei dieser Aufnahme und würde ich sagen wir sehen uns nächstes Mal wieder wenn es wieder heißt hier Chabak LP und bei uns Season 2 Season 2 und äh wir bedanken uns herzlich für Zuschauen oh lol wir bedanken uns herzlich für Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao 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 und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Season 2 Janis sup du hast keine Rüstung an ich hab keine Rüstung an hast du die Rüstung von mir aufgenommen du hast die Rüstung vergessen wegzunehmen egal sowas schon ändern passt schon ich brauche eh keine und wie ihr seht hier Minecraft sieht plötzlich ganz anders aus oh mein Gott was ist da passiert der Rechner ist kaputt der Rechner ist kaputt so in etwa so jetzt ich geh strip meine mach das ich muss hier erstmal alles sortieren Aha viel Spaß beim Strippen Strippen ja ich geh strippen was machst du Alina ich brauche das Wasser nein das sind unsere Felder mir doch egal da ist ein Wassereimer drin hatte ich nicht noch ähm Lava äh nicht Lava sondern aha da ist doch kein Wassereimer drin äh nein ich hab alles raus damit ich fände drauf aus Redstone ja ich hab alles raus ok gut alles weg raus everything everything oh wir seht den Schatten von mir ja Gold Gold der Wasserschäde wird gar nicht verwendet in dem Moment warum denn wo dem Markt und den Alaskar so geht ha 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 geil ich fand ich mal unschuldig alle Leute nach ich wollte schon nachhelfen ah stopp jetzt muss ich dahin gehen wohin dahin boah ich will grad mit der Feldhacke Stein zerschlagen ging das mit der Axt oh man jetzt hab ich das aktiviert hier ich die Steinschwitzhacke das wird deaktivieren boah das brummt wieder an so einem Fliegerplatz dann brummts rumbrumm da wird der Motor ganz heiß rum mh so wie komm ich jetzt da rein gar nicht nein wie kam ich da nochmal rein wo hier ich hab's schon Alter wie war ich meine Sache verstecken Waren wir hier fertig? Nee oder? natürlich ich weiß nicht ja doch wir waren fertig Alter Alter war das? nix ich fall irgendwie durch Wasserlöcher mh so das fällt natürlich keinem auf ja mach mal da oben noch das das stein weg achso Juli am besten wir machen überm Ozean so ne kleine er